G bedeutet G, E ist sich ähnlich, D fällt aus der Reihe, I enthält sich selbst, C ist unendlich, H dehnt sich aus, T ist eine Idee. Gedichte werden wieder gelesen, hört man, ein Gewitterrauch, Flügelschlag eines Schmetterlings, das Publikum hustet und hustet, lacht, in sieben Zeilen wird sich die Welt verändern. Coca-Cola oder Red Bull, 1, 0, 1. Hebung, Senkung, Hebung, auf jetzt, ihr Tänzer im Schacht, schreit, gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020